Herzlich willkommen! Ich bin's wieder, Ali, euer 3D-Tutor, und heute geht es mit einem sehr spannenden und neuen Tutorial weiter, nämlich mit dem Erstellen von Videos mit künstlicher Intelligenz. Ich habe euch dazu ein neues Werkzeug herausgesucht, nämlich Runway, bzw. einen neuen Anbieter herausgesucht, Runway, der mit seinem neuen Tool, Gen3 Alpha, ein sehr, sehr spannendes Tool auf den Markt gebracht hat, wie ich finde, dass Videos mit hoher Qualität herausbringt. Man kann sich gerne auf der Website, ich werde das entsprechend unten in der Beschreibung verlinken, mal einige Beispiele ansehen, um sich von der Qualität zu überzeugen oder nicht zu überzeugen, je nachdem, wie man das findet und möchte. Und dann können wir gemeinsam hier auf der Website einmal durchstarten und uns registrieren, damit wir auf demselben Stand sind. Also, ich gehe hier einmal auf Get Started und habe dann die Möglichkeit, mich entweder hier mit Google einzuloggen oder mit Apple oder kann mich hier kostenlos erst einmal registrieren. Ich gebe hier meine E-Mail-Adresse ein, das hatte ich bereits getan, ich habe dieses Tutorial einige Male aufgenommen, sage hier Next, kann dann hier einen Benutzernamen eingeben, ich sage 3D-Tutor-Test, hatte ich schon vorher eingegeben, und ein Passwort, so, sage wieder Next und kann dann hier meinen Vornamen, Nachnamen eingeben, meine Organisation, die ist optional und kann dann den Account erstellen. Wenn ihr das getan habt, dann finden wir uns gemeinsam wieder, nachdem ihr euch eingeloggt habt, auf der Homepage, beziehungsweise auf dem Dashboard von Runway. Also hier das Dashboard für die Videoerzeugung, ja, mit der neuen Version Gen3 Alpha. Aber auf diese neue Version hat man nicht direkt Zugriff, man bekommt nur in der kostenpflichtigen Variante darauf Zugriff. Und deswegen navigieren wir einmal hier über unser Konto einmal auf Upgrade Your Plan, damit ihr einen Eindruck davon bekommen könnt, was das kostet. Das ist, an der Stelle möchte ich das betonen, keine Werbung für Runway, sondern, ja, einfach nur eine Möglichkeit euch, die ich euch vorstellen möchte. Ich habe das Ganze selbst finanziert, also ich bezahle hier meine Standardversion selber, bekomme das also nicht gesponsert oder finanziert von Runway. Ich werde das trotzdem als Werbung markieren, um nicht in irgendwelche rechtlichen Konsequenzen hinein zu geraten, aber man kann hier zwischen den, also jetzt ganz kurz zu den Möglichkeiten, man kann hier zwischen Monthly und Yearly wechseln. Und, ja, ich habe das Monthly gewählt, mein aktueller Plan, und kann sich dann hier über die Eigenschaften eines solchen Planes überzeugen. Mir reicht das an der Stelle erst einmal, weil man auch eine Anzahl von Punkten direkt am Anfang bekommt, mit denen man arbeiten kann. Und dann kann man hier mit Runway und Gen3 Alpha starten. Kurz bevor wir das noch tun, möchte ich euch noch darauf hinweisen, ich habe, und da ich das Ganze ja entsprechend selbst finanziere, eine solche Community, eine Patreon-Community eröffnet, wo ich mich riesig freuen würde, euch begrüßen zu dürfen, wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet entsprechend. Ich habe das vorher noch nicht so angeboten, ich möchte das aber ganz gerne anbieten, damit ich auch für die Zukunft weitere und intensivere Tutorials anbieten kann, denn ihr habt ja gesehen, solche Mitgliedschaften kosten entsprechend Geld und ich würde mich riesig freuen, wenn wir aus der Community heraus das entsprechend hinbekommen. Ich habe hier ein paar Optionen angeboten. Wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch auch beteiligen würdet und mich entsprechend unterstützt. So, wir wechseln noch einmal ganz kurz hier ins Dashboard und kommen jetzt erst einmal zur Vorstellung von diesem Runway-Dashboard. Wir haben hier mittig unsere Runway-AI-Tools, das heißt unsere ganzen Werkzeuge, die wir nutzen können, jedes davon mit seiner eigenen Funktion. Wir können auch über diesen Tool-Reiter hier auf diese AI-Tools zurückgreifen, dann geraten wir auf die AI-All-Tools-Seite, wenn wir hier auf All-Tools gehen, oder aber wir greifen hier auf die schnellen, wichtigsten Tools zurück und können direkt zum Generieren von Videos springen. Mit dem Zurück-Button kommen wir nochmal zurück und können dann hier auf die Bibliothek von uns selbst zurückgreifen, auf unsere Assets, unsere Workspace-Assets. Wir werden auf das entsprechend nochmal zu sprechen kommen und unsere geteilten Projekte. Oder aber wir gehen hier in die Galerie. Das ist die Runway-Galerie, das heißt wir können uns hier einmal ansehen, was andere bereits mit diesem Tool hier erstellt haben. So ein Beispiel können wir uns mal anklicken und uns anschauen, was andere hier bereits für Projekte realisiert haben mit diesem Tool und können einen Eindruck davon bekommen, auch wie so ein Video aufgebaut sein kann. Hier haben wir noch so ein Wasserzeichen. Das kann man aber, wenn man in der kostenpflichtigen Version ist, dann entsprechend abstellen. So, das soweit dazu. Das heißt, hier haben wir noch einmal ganz kurz die Galerie, hier haben wir unser Dashboard, hier haben wir unsere Bibliothek, hier unsere Tools, hier unsere Einstellmöglichkeiten und dann werden wir im nächsten Tutorial starten, unsere ersten Videos zu erzeugen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dranbleibt. Daher abonniert gerne den Kanal, lasst mir einen Daumen nach oben da, um den Kanal zu unterstützen und wir sehen uns dann im nächsten Tutorial. Okay. Vielen Dank.